Wir brauchen Liebe und Toleranz, um sie zu lösen, aber wir brauchen noch praktische Ansätze. Und das ist ganz klar, die Verelendung der Menschen auf dieser Straße, die ich jeden Tag sehe, in meinem Job, die müssen wir beenden. Ganz wichtig. Also ich sage euch ganz ehrlich, diese Menschen, die so weit unten sind, ganz am Ende der Leiter, ja, die müssen wir von der Straße holen. Ich denke dabei, dass wir zum Beispiel in einem leerstehenden Gebäude, Leerstand haben wir viel, eine Einrichtung schaffen, wo diese Menschen aufgenommen werden und wo auch Therapieansätze auch umgesetzt werden können. Denn hier auf der Straße können wir keine Therapieansätze umsetzen, das geht gar nicht. Ich sage mal so, ich bin der Bahnbabu geworden, weil ich Brücken baue, zwischen allen Generationen und Kulturen. Und über diese Brücke gehen wir von beiden Seiten. In der Mitte der Brücke, da treffen wir uns auf Augenhöhe. Und das ist mein Prinzip und ich denke, das funktioniert auch im Parlament. Ich finde es immer traurig. Das Bahnhofsviertel ist ein lebendiges Viertel, ein historisch gewachsenes Viertel, urban, multikulturell und es lebt. Und ich wehre mich dagegen, dass man das immer nur runterbricht auf diese wenigen Ecken, an denen wir offensichtlich wirklich Probleme haben. Und da müssen wir anpacken, genau an diesen Stellen. Und natürlich müssen wir in die Kooperation mit dem Umland gehen. Ich rede jeden Tag mit Drogenabhängigen. Die kennen mich und ich kenne sie. Die sprechen mich auch an und viele von denen kommen von auswärts. Und da sehe ich natürlich, dass die Hilfsangebote hier in dieser Stadt versuchen zu bekommen, die sie in ihrer Gemeinde nicht finden. Und da müssen wir Kooperationen schaffen. Wir müssen gucken, dass wir da auch Angebote in diesen Gemeinden irgendwie hinbekommen. Ja, die Urbanität, die Reichhaltigkeit der Menschen, die da leben. Und wie gesagt, ich fahre durch die Münchner Straße, ich bewege mich da auch. Wir haben unsere Ablösestellen dort und das ist einfach immer ein lebendiges Miteinander. Die Leute grüßen mich. Wir haben da auch Fahrerwechsel. An verschiedenen Stellen, am Bahnhof vorne oder auch in der Münchner Straße. Und ja, wie gesagt, mich kennt da fast jeder, kann man so sagen. Ich kenne die Probleme sehr, sehr gut. Aber ich sage auch, bitte macht das nicht nur an den Drogenabhängigen fest. Wenn Fußballfans zehn Stück nach der Haltestelle Bahnhof in Richtung Basler Platz an den Rabatten stehen und da reinpinkeln und ich fahre mit meinen Fahrgästen vorbei und es ist Messe. Ich habe die Linie 16 und da sind ganz, ganz viele Messegäste drin und sehen, ich fahre direkt an denen vorbei, wie die da alle pinkeln. Das sind nicht nur die Drogenabhängigen, die diese Verunreinigung verursachen, die natürlich dann auch mit Geruchsbelästigung einhergehen. Das ist ganz klar. Also bitte nicht nur immer an den Drogenabhängigen fest machen. Es braucht solche Projekte, junge Menschen anzusprechen. Es sind halt nun mal überwiegend junge Menschen und das muss jemand sein, der natürlich auch den Draht zu ihnen hat. Ganz klar. Und wenn ihr das euch mal anguckt, gerade im Hessischen Rundfunk, ein sehr schönes Video gemacht im Sommer über genau diese Problematik am Main und dasselbe setzt sich natürlich im Bahnhofsviertel fort. Aber da braucht es einen langen Weg. Wir brauchen einen langen Atem, wirklich. Das ist nicht so von heute auf morgen zu machen. Es muss ein Umdenkungsprozess stattfinden. Natürlich könntest du drakonische Strafen erheben, aber die musst du ja irgendwie umsetzen. Da brauchst du ja auch Personal, die das sieht, dass da gerade Verunreinigung stattfindet und dann direkt greift und sagt so, da hast du jetzt aber 35 Euro. Das haben wir doch nicht. Auf ins Viertel, Leute. Viertel ist lebendig. Viertel lebt. Frankfurt ist bunt, so bunt wie das Leben. Ein friedliches Miteinander. Der kann es nur in diesem Viertel geben mit Liebe und Toleranz. Das ist meine Meinung. Da geht es auch. Das war's.